Hallo, begrüsse ich zu einer neuen Folge Gears of War 4 und ich habe wieder mal keine Ahnung wo wir letztes Mal bleiben stehen Ich denke mal hier weiter Wir sind ja irgendwie auf dem Weg zum 2. Friedhof Wo die Mutter von anderen ist und viele Toten Ein paar Zähne, welche viel Ballert er hat Hier kommt es zum Kampf Die Frage ist ob jetzt sofort Aber erst später Das sieht schwerter nah aus Das kann man nicht auf tun Das sammeln ich noch später ein Das ist wahrscheinlich der Aufzug Das ist wahrscheinlich der Aufzug Das ist der Aufzug Das ist der Aufzug Zu dieser Tür kommen sie da irgendwo raus Drei Stück Schön Zuerst mal hier schauen Wahrscheinlich aktiviere ihn nicht später 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 Hm Dann kommen wir zum Aufzug Was für eine Überraschung Kein Strom Wenn wir den Hauptstromkreis aufladen können Dann sollten die Hilfsaggregate anspringen Wir brauchen nur eine funktionsfähige Turbine Vielleicht funktioniert die letzte ja noch Na das Becken ist trocken Aber vielleicht kann der Wind sie drehen Na dann los Ist das nicht das was ich erwartet Das hat falsch angezeigt Oder Ich komme nicht durch Merci Das müsste doch hier sein Oh nicht Doch nicht Doch da hinten Ok Was ist unsere Turbine? Sie ist arretiert So ein Zeck Wahrscheinlich läuft sie deshalb noch So kommen wir greifen da Ich kann die Turbine aktivieren wahrscheinlich Warum befiegt sich die Turbine nicht? Seht euch das mal an Der Schwarm hat alles mit Schleim zugekleistert Wir müssen das Zeug entfernen Ha der Wind greift sie an der Laden läuft Gehen wir zurück zum Aufzug Das kommt mir gerade recht Lauf So ein Zeck Lauf erledigt Habe eine Larve Ach Tod Komm mal her Ich muss dir was beißen Keine Drohne Ach scheisse Die sind überall Schwer Ok Ich darf auch da ausschalten wo sie nachher riefen Jahn Lauf er durchsinnert Die sind überall Die sind überall Wir müssen einfach Lauf erledigt Die sind überall Die sind überall Töte! Ich bin verbläum. Dich kann man doch nicht ausweichen. Okay, das war's erst mal. Oh, ich hasse diese Viecher. Achtung, Springer! Oh, Bröttspringung. Ich bin so ein bisschen schwer. Das war's. Alle erwischt. Mal sehen, ob der Aufzug läuft. Wollt ihr mich verarschen? Der Aufzug hat noch immer keinen Saft? Die Schaltkreise haben den Stromstoß nicht vertragen. Wir müssen sie zurücksetzen. Und das heißt, wir müssen uns aufteilen. Generatoren oder Schaltzentrale? Was willst du? Du entscheidest, James. Ja, was machen wir? Dann übernimmt Dad und nicht die Schaltzentrale. Ihr beide geht runter zu den Generatoren. Das tut nach jeder Menge Spass. Also Kate, was sollen wir hier oben machen? Gebt uns einfach nur Deckung, wenn wir die ersten Generatoren starten. Wie sehen die Generatoren denn aus? Na ja, wie riesige Generatoren. Ja. Oh mein Gott. Ui, da hat was ausgelöst. Ui, da hat was ausgelöst. Ui, da hat was ausgelöst. ... ... J.D., du musst den Schutzschalter schließen, sonst kommen wir nicht rüber. Da oben sollte ein Schalter sein. Okay, komm, komm, komm. Noch eine Kohle Knarre. Die Frage ist, ob der Schalter ist. Da hinten noch ein Messer. Gut, und jetzt zu den Generatoren. Danke, haltet uns weiter den Rücken frei. Ihr habt sowieso viel zu bequem. Schön. Noch ein BV. Schraubaus wechseln. Jawohl. Das sind vielleicht schon ein paar Gegner. Okay, dann gehen wir weiter. Scheiße, ein Turm! Knallt ihn ab! Bin getroffen! Gut, Turm natalisiert! Das ist auch ein Popper. Zeitwärter der Luft! JD, wir sitzen fest! Such den zweiten Schalter! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Ein Tor, der Drohne! Max Schalter. We got to go back this, right? Good, and now we go to the generator. We got to go back this. Come here. Wo kommen wir jetzt dort hin? Ich muss hier rauskommen. Ich hab's! Sollte funktionieren! Scheiße, da kommen wir hier nicht hin. Ich kann hier nicht raus. Er ist in hinten in Deckung. Ah, jetzt geht's. Komm schon, du bescheuertes Scheißbück! Gut, dann wieder zurück zum Aufzug. Passt auf, da kommt ein Zeuer! Ich kann hier nicht hin. Okay. wir wollen wir haben haben wir haben wir Nein, jetzt gibt es mehr. Das darf ich nicht wahr sein. Sie hat dann besser abgeschossen. Ich hätte schneller auf die B drücken müssen. Pass auf, da kommt dein Zion! 9, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Jetzt. Versteht das? Perfekt. Jetzt gehen wir zurück zum Wartungsaufzug. Dorf angestellt. Ihr habt euch übrigens alle sehr gut geschlagen gerade. Die Chor hat zumindest euer Training nicht verbockt. Zu dir wäre ich gleich gekommen. Hat ihr den Vater beigebracht, so zu kämpfen? Meine Mom. Und mein Onkel. Oscar. Er war auch ein Gear. Wie du. Hat den der Schwarm erwischt? Ja. Ja, genau. Tut mir leid, das zu hören. Wenigstens ist der Strom zurück. Hoffentlich lässt der Wind nicht nach. Ja, das sollte kein Problem sein. Oh, jetzt finde ich den Lift. Lift nicht mehr. Immer noch nicht. Doch. Oh Gott. Verdammt noch mal, Mann, das gibt's doch nicht. Oh, das ist nicht gut. Kommt schon. Wir gehen zu Fuß. Okay. Du hast es, als ob wir auf der Halbe Strecke nach oben gehen. Versuchen wir, wir nichts anzufassen. Was kommt da? Komm rein! Warum sagst du sowas? Was ist denn der Leise, Hugo? Mega! Was ist denn der? Oh Gott! Ich anruhe! vasst den! Ich anruhe! Ich anruhe! Ich habe einen Ball in der Kammel, ... ... Hier ist die Bombs in die Bord. Jetzt kann ich den. Steh der Bord. Das ist safe. Komm mal wieder. Ich kann ihn doch nicht verkommen lassen. Man ist voll. Ich kann Pistole umschalten, um die Muni zu sparen, um den Gegner zu kommen. Wir müssen einen anderen Weg hochfinden. Ja. Und das heißt, wir müssen nach draußen. Na klar, das Wetter wird garantiert mitspielen. Das war übrigens sarkastisch gemeint. Wenn wir raus müssen, scheint das hier der beste Ort zu sein. Die Tür ist doppelt verriegelt. Zwei Schalter. Und wie machen wir das? Wir müssen sie anhalten. Dann können wir rüber! Gehen wir, Leute! Wir müssen sie anhalten, dann können wir rüber! Das war einfach! Gut, wir müssen das wiederholen. Wir müssen sie anhalten. Wir müssen sie anhalten. Wir müssen sie anhalten. Wir müssen sie anhalten. Das ist noch nicht fertig! Scheiße! Alles klar, die sind erledigt! Mann, bist du... Es muss doch einen einfacheren Weg auf die Dammkrone geben! Ja, gab es! Er nennt sich Aufzug! Richtig! Gehen wir durch die Tür! Splittergranate... Ich habe ihn immer gut gebraucht. Hab sie! Hier könnte noch etwas versteckt sein. Auch nicht. Genau. Der kriegt den krieg. Was denn schon wieder ein Doppelschloss? Oh, schau auf! Das sieht schon ziemlich demoliert aus. Wie viele Gears waren noch mal in dem Damm gefangen? Ein paar Dutzend. Das hat man uns jedenfalls gesagt. Ja, scheint eher so, als wären hier eine ganze Menge mehr gewesen. Ich lade mich nicht überraschen. 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 Die liegen ja nicht alle mehr. Da ist immer nochmal ein anderer Name drauf. Klingt seltsam vertraut. Auch noch mehr. Ich lade mich nicht. Ich lade mich nicht überraschen. Ich lade mich nicht überraschen. Es ist schon schiefgegen. Ich lade mich nicht überraschen. Auch hier. Oh, okay. Das wird lustig. Oh, okay. Das ist toll, okay. Was ist das für mich? Ja, passt auf die Kettelraum. Wer jetzt weiß, wer ist es ja wohl auf dem Weg? Das uns absolut ausnahmslos alles hier umbringen will. Wie bringen wir es zu Ende? Eine große Drohle! Große Schäfer. Scheisse von der Hölle Schäfer. Das werden wir sehen. Ich fange mich da nicht in die Fertur hinein zu laufen. Jetzt sind die weg. Eine Drohle weniger. Sie sind erledigt. Gehen wir. Passt auf, wo ihr hintretet. Ui. Ui. Ja, das ist nicht ganz ungefährlich. Okay. Okay. Auf dem wir wieder sehen. Hier geht es weiter. Aber hier hat es nichts. Hey, ich habe es gut gebracht. Das ist auch der Scheiss, der Dropshot. Die wird zu einem im Uni. Das wird ja immer besser. Noch mehr Schwab! Das steckt jetzt. Hey, hey. Das ist ein Aufmerksam. Das ist ein Aufmerksam. Wie Data. Wie ist es? Wie ist es? Es wird viel mehr können. Es wird wieder die Deck. Oh, ich habe einen Schuss. 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 Was sind erstmal acht? Ich habe einen Schuss. Jetzt. Das ist auch so ein Fesschrück. Ich will sagen, den Weg. Das war der Letzte. Dann los, finden wir einen Weg hier raus. Wir gehen nach oben. Wenigstens etwas, oder? Er gleitet wie auf Schliefschuh. Nach oben ist gut. Und wenn es das Letzte ist, das wir tun. Was ist dahinter? Okay. Was ist jetzt mit der Wand ziehen, oder bin ich nicht sicher da? Die Daggerwunder. Aus Dirty Gears. Eieiei. Eieiei. Das ist nett. Das sollte funktionieren. Das hätte hervorragend funktionieren. Tja, Kacke. Hey, was ist mit der Turbine? Was soll damit sein? Wir fahren mit ihr hoch. Wie damals, als Kind auf den Windmühlen. Äh, weiss nicht. Habe ich nie gemacht. Pass auf. Siehst du? Ganz einfach. Okay. Okay, Del, du packst das. Das ist komplett irre. Eine interessante Freundin hast du da. Scheiße! Zurück, zurück! Jack, los! Geht schon mal vor. Wir kommen nach. Untertitelung des ZDF, 2020